ähm kann ich das steuern? ich glaube nicht wirklich ich glaube ich muss einfach bloß rudeln oder doch aber wenn dann habe ich es nicht verstanden wie hä hä okay die steuerung ist mega schräg da hell wegen das wir doch gleich passieren wow Oh! Oh! Jetzt stehen bleiben soll. Ich fahre hier gerade aus. Vielleicht ist das ein bisschen sicherer. Oh! 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 Okay, ich glaube das war's. Da kommen sie nicht drüber. Oh! 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 Ich habe meine Lust. Oh! Oh! Ich bin ein Monster. Oh! 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 Seh ein Sch Mills Steg. Bevor er ist wieder in Sicherheit Und jetzt muss man sich mal vorstellen Das muss man Bis sie alles wieder zurücklaufen Nachdem sie diesen Baum gewunden haben Die Medizin dem Vater zu bringen Eine riesen Schildkröte Vielleicht hätte man da rechts was machen können Für die Schildkröte aber Wir sind jetzt schon hier soweit Vielleicht hätte man was machen können Okay So bleibst du jetzt hier Ich glaube dass Ich das so verstanden hab Okay auch ein bisschen sehr krass Hier mit diesen Eingrifffroren Figuren Wahrscheinlich sind sie Menschen Ah da unten sind die Wale Ich glaube es ist ein Schildkröte 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 Okay, das bringt uns nichts, aber jetzt haben wir hier die Säge. Damit können wir diesen Baum füllen. Sie kommt doch nicht weiter mit. Ich habe es fast schon. Atta! Sei ja! Ja! Atta! Okay, wir sind gleich bei diesem Dorf oder so etwas ähnliches. Ich glaube, das ist auch unser Ziel hier. Vorher zumindest. Boah. What? Holy Moly. Okay, warte. Ist das unser Ziel, so über die Mauer zu kommen? Hey, da geht's! Ah, jetzt kann er... Ne, kann er doch nicht. Sie noch darüber und dann können die beide das Tor öffnen. Was? Ein unsichtbarer Troll unter Bigfoot. Okay. Ja, gut, was sich das gibt. Mein Controller vibriert die ganze Zeit gerade. Wir müssen nach da drüben. Sie will nicht mit, oder? Ja! What? Wow. Atta! Was ist das? Du bist da ein Transvier. Na, Ota! Oh, oh. Hier haben wir alles zusammen. Weg. Okay, okay, help. Schnell weg hier. Buna! Ich habe es ziemlich beeindruckend. Oh, oh, oh. Alter, da hat man den Glück. Wir sollten fast im Lotto spielen. Geil, ja? Danke. Holy moly. Nicht gut. Ist das viel zu langsamer? Glück gehabt. Wird da etwas draus? Oh ja. Wow. Was für eine Aussicht. Die Notlichter. Über dem Horizont. Oh, hier weisst ihr eigentlich, wo wir lang müssen? Oh ja. Na! Ta hon! Ta! Na! Tiya ma! Yla Naya! Yla! Na! Ta ma! Mabadi! Hiya! Im Schloss ist es sicherlich noch eine Falle. Ich hab es gesagt. I'm not too.